Dieses zu erwerbende gut gepflegte 6 Zimmer Einfamilienhaus liegt im Kreis Schaumburg. Das im Jahr 1966 erbaute Gebäude verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 780 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 129.000 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns Sie näher zu informieren.